Wenn ihr das nicht sehen könnt, dann macht die Augen zu, okay? Digga, what the fuck? Darf ich das zeigen? Ja, ne? Bro. Die militante Veganerin. Die wilde Seite von Die militante Veganerin. Mehr Inhalte findest du hier. Digga, ich will nicht mehr, alter. Hier, ne! April, Scherz. Ist im 2. April gepostet worden. Hier, Emote. Was für Emote. Du hast mit 14 nicht mal bei ihr abonnieren. Aber ist das vegan, was sie da macht? Weil sie benutzt sich ja für Geld. Okay, nimm mal meins.